Mama, ja ich weiß, diese Tage sind nicht leicht, diese Tage sind nicht leicht. Mama tut mir leid, doch vertrau ich bleibe stark, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Ich seh Dämonen auf der Suche nach nem Senden, so verzweifelt diese Suche macht mich blind. So viel gerannt, ich fühle nix die Waden zau. Musik begleitet den 18-jährigen Friedjov Hempel schon sein ganzes Leben. Bereits in der dritten Klasse entdeckte der Jenenser seine Leidenschaft für Rapmusik. Seit knapp vier Jahren schreibt er eigene Texte und untermalt diese mit selbst kreierten Melodien. Vor wenigen Wochen veröffentlichte er unter dem Künstlerlamen Beso das Lied, worum es hier geht. Darin verarbeitet der Schüler der Jenaplan Schule persönliche Erlebnisse. Meine Musik ist teilweise halt ziemlich düster, teilweise auch positiv. Ich versuche in meiner Musik immer das darzustellen, was ich eben gerade empfinde. Und das ist quasi so ein allgemeines Stimmungsbild. Und die Musik hilft mir quasi dabei, mit dem, was ich erlebe, quasi abzuschließen, aber halt auch einfach alles festzuhalten. Das ist wichtig. Bei seiner Musik ist Friedjov Hempel wichtig, dass er nur das produziert, was ihm persönlich gefällt. Denn er selbst sagt, dass Musik immer Geschmackssache ist. Bis jetzt habe er überwiegend positive Resonanz erhalten. Auch der Zuspruch für das Musikvideo zu Worum es hier geht sei groß. Dieses produzierte er gemeinsam mit Freunden. Obwohl der Liedtext von seinen eigenen Erfahrungen handelt, sollte sich jeder mit dem Musikvideo identifizieren können. Es war eben ein sehr cooles Projekt, da das eben ein sehr ehrliches Lied ist. Und wir eben überlegt hatten, wie kann man diese Gefühle sehr gut darstellen. Wir wollten das Ganze eben nicht direkt irgendwie eine Sichtweise auf die Gefühle eben vorgeben, sondern möglichst eben alle Leute daran teilhaben lassen und auch eben nicht direkt einen Grund für diese Gefühle vorgeben, sondern dass sich jeder vielleicht ein bisschen selbst daran sehen kann und eben selbst schauen kann, wie man da irgendwie was reininterpretiert oder welche Geschichten man von sich selbst vielleicht da drin sieht. Friedhoff-Hempel steht erst am Anfang seiner musikalischen Karriere. Wohin ihn sein weiterer Weg führt, bleibt abzuwarten. Sein aktuelles Lied, worum es hier geht, sowie das dazugehörige Musikvideo sind online auf diversen Streaming-Plattformen zu finden. Eure Seelen auf der Flucht, brennende Brücken um mich rum, sie fesseln mir die Worte in meinem Mund. Sehe die Raben in der Luft, dieses Leben ist nicht leicht, ich wei'n, bitte sag mir, was am Ende bleibt. Sehe die Raben in der Luft, dieses Leben ist nicht leicht, ich wei'n, bitte sag mir, was am Ende bleibt. Sehe die Raben in der Luft, dieses Leben ist nicht leicht, ich wei'n, bitte sag mir, was am Ende bleibt. Sehe die Raben in der Luft, diese Eure, die sich für die Schmerzen aufbauen,